In diesem Video geht es um die Beobachtung von Wettbewerbern mit Patentdatenbanken. Man kann sich mittlerweile relativ einfach regelmäßig informieren lassen, ob bestimmte Wettbewerber Patentanmeldungen oder Patente veröffentlichen oder ob in einem bestimmten technischen Gebiet Patente oder Patentanmeldungen veröffentlicht werden. Wir benutzen dazu eine Datenbank, die heißt Total Patent. Es gibt aber auch viele vergleichbare Datenbanken mit ähnlichen Funktionen. In diesen Datenbanken kann man die Recherche beispielsweise eben auf bestimmte Wettbewerber beschränken oder auf bestimmte Länder oder auf bestimmte technische Gebiete. Nehmen wir mal ein Beispiel an. Ein Mandant ist Hersteller von Haarkosmetik. Dann möchte er also sehen, welche Wettbewerber beispielsweise in Europa, nehmen wir an, er ist nur in Westeuropa tätig, in diesen Ländern Schutzrechte erhalten. Dann können wir also einmal die Recherche auf bestimmte Länder beschränken. Ich habe jetzt hier mal eine Vorauswahl getroffen. Außerdem können wir die Recherche auf ein ganz bestimmtes technisches Gebiet beschränken. Dazu können wir eine ganz bestimmte technische, also eine IPC-Klasse auswählen. Was IPC-Klassen sind, kann ich auch vielleicht mal später in einem Video noch erklären. Damit kann man im Wesentlichen eben ein technisches Gebiet einschränken. Dann kann ich also hier den Suchoperator für IPC-Klassen eingeben. Und die IPC-Klasse für Haarpflegeprodukte ist A61Q5. Das können wir uns hier mal ganz kurz ansehen. Das ist die offizielle Datenbank dieser IPC-Klassifizierung. Dort sieht man, dass A61Q5 generell für alle Haarpflegeprodukte die Klasse ist. Und dann gibt es natürlich noch Unterklassen, aber die wollen wir alle einschließen. Also machen wir das so, dass wir dann also A61Q5 wählen und dann einen Trunkierungsoperator dahinter setzen. So, wenn wir jetzt uns die Ergebnisse anzeigen lassen, das werden sehr viele sein. So, die Sucher hat 76.000 Treffer gefunden. Das sind natürlich viel zu viele. Aber wir wollen ja auch nicht alle Treffer ansehen, sondern uns einfach immer nur über die neuesten Treffer informieren lassen. Und das können wir so machen, indem wir dann in dieser Suche auf Create Alert gehen, also uns eine Benachrichtigung zukommen lassen. Dann können wir hier die Search Terms angeben, also dass wir eben weiterhin die ganzen Haarpflegeprodukte uns anzeigen lassen wollen. Dann können wir hier einen Namen angeben. Nehmen wir mal, tun wir hier mal gar nichts hin. Haarpflege. Und dann können wir hier, sagen wir mal, überall Haarpflege angeben. Und dann soll er uns das, weil das so viele Treffer sind, vielleicht täglich schicken. Wenn wir uns das wöchentlich schickt, dann sind es halt zu viele Treffer. Das ist jetzt hier auch nur Beispielrecherche. Also man kann das natürlich auch enger fassen, dass man nur die wichtigsten Wettbewerber einschließt oder so. Und dann gibt man hier die E-Mail-Adresse an. Zum Beispiel will ich das auf diese E-Mail-Adresse geschickt bekommen. So, und dann kann man hier noch ein Cover-Note eingeben. Also falls man das auch an andere schickt, nicht nur an sich selbst, kann man hier noch eine kurze Beschreibung angeben. Und dann kann man sagen, dass man sich ein Attachment schicken lassen will oder auch eben einen Link zu den Ergebnissen. Ich will mir ein Attachment schicken lassen und zwar PDF. Und dann will ich mir eine Custom Selection schicken lassen. Da kann ich dann sagen, dass ich die Abstracts haben will, den Legal Status. Dann will ich die Claims sehen, um zu sehen, ob vielleicht mein Produkt darunter fällt oder nicht. Dann kann ich auswählen, was ich hier in der Bibliografie sehen will. Und dann Images. Da habe ich jetzt mal keine ausgewählt, weil die Datei so zu groß wird. Und dann kann ich hier auswählen, Link to Original PDF-Dokument. Das heißt, dass jener, der dieses Dokument bekommt, nicht Kunde von Total Patents sein muss, sondern einfach auch das Original PDF-Dokument runterladen kann. Und dann kann ich noch anklicken, dass er es mir nur schicken soll, wenn da wirklich nur neue Ergebnisse vorkommen. Und dann würde ich auf Create gehen. So, das war mal ein Beispiel, dass Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie man Wettbewerber in einem bestimmten technischen Gebiet beobachten kann. Ich habe auch eine kleine Hausaufgabe für Sie. Sagen Sie mir doch, ob Sie, wenn Sie mögen, ob Sie in der Vergangenheit schon einmal eine Patentrecherche durchgeführt haben oder sogar Wettbewerber mit Patentdatenbanken beobachten. Wo waren da die Schwierigkeiten, die Herausforderungen? Haben Sie zu viele Treffer, haben Sie zu wenig Treffer bekommen? Insgesamt freue ich mich natürlich immer über Likes und Shares. Also, wenn Sie dieses Video mit Ihren Freunden teilen oder Kommentare und Fragen in den Kommentaren. Wenn Ihnen dieses Video besonders gut gefallen hat, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Und das Wichtigste zum Schluss, ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.